Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Modern Warfare 2. Wir sind in der Mission Ghost Team, da wo wir in der letzten Episode aufgehört haben und wir gehen gerade direkt wieder rein. Los geht's. Oh, Entschuldigung. Und es ist natürlich gerade wieder Party Time. Das ist bestimmt lustig hier. Was hörst du denn? Hä? Oh. Nicht schlecht. Auf welches Geräusch denn? Ach, das Teil bewegt sich. Okay. Okay. Ja, das war ein Fail. Cool. Noch keine Minute im Spiel drin. Noch mehr. Ah. Demikst du dich auch? Oh, wie fies. Das sind ja gleich zwei. Okay, das war es aber einfach. Weiter. Die Tür da. Geh nach links. Psst. Wir sind nicht allein. Shadows. Wie viele? Drei. Drei. Nimm den Kerl rechts. Äh? Nimm einen. Ich schnapp mir die anderen. Okay. Was haben wir hier? Rauch. Sehr gut. Das waren für Garantie-Dix-Härten, die hier die Fallen gemacht haben. Wo? Sind da lang, oder? Ja. Und jetzt? Akt. Hey. Wow. Hey, ich komm hier nicht mehr weg. Geh weg. Geh weg. Ja. Sieht sich so entweder gar nicht. Ich glaub, da vorne ist eine. Von wo aus? Also ganz runter. Na ja, gut. Ja, so ist auch easy. Arschloch. Woher hast du gewusst, dass wir da sind? Ah, ich glaub, da hinten ist der passende Alarm. Nice. Ich glaub, solange er nach vorne lauft, muss ich mir da keine Sorgen machen. Ach uns. Ja, nein, die Schüsse haben es natürlich nicht gehört. Alles klar. Ich hab das jetzt nicht mit Steuerung gemacht. Das ist jetzt auch mit der Leertaste gegangen. Aber ist, wie es ist. Oh, ist das hell. Oh, darf ich selber fliegen? Nice. Oh, ich will Hubschrauber fliegen. Was? Echt? Oh, Mann. Mann. Oder hier mit dem Flieger. Da kann man bestimmt im Multiplayer mit denen fliegen, oder? Mann, die haben den ganzen Spaß. Und ich muss hier reingehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Perfekt. Wir sind drinnen. Wir sind drinnen. Alle Ghosts. Alles ist drin. Besteht nicht. Schnapp ihn dir. Alle Ghosts. Bin in der Luft und habe Sichtkontakt. Verstanden, Bravo-6. Zwei nähert sich dem Tor. Ihr habt Feuererlaubnis, wenn das Ziel markiert ist. Wir glauben, Graves hält dem Hauptquartier die Stellung. Drinnen teilen wir uns auf und lassen die Luftunterstützung aufreiten. Sobald die Shadows fliehen, suchen wir Graves und töten ihn. Komprämmendes? Vollkommen, Lieutenant. Alle Ghosts. Bereit halten für Durchbruch. Soap. Schnapp dir den Richtlaser und markiere Ziele für Price im Heli. Äh. Was? Panzerplatten? Zielfernroh. Ihr haltet zum Ausrichten des Zielfernrohens. Das Sicherheitsdor ist zu unserer Linken. Mehrere Shadows halten Wache. Das ist das Ziel. Ziel markiert. Ziel erfasst. Schüsse abgefeuert. War das jetzt eine gute Idee? Verstanden. Auf zum Hauptquartier und findet Graves. Alejandro, nutze das Kast, um an Valeria zu kommen. Äh. Zu mir. Los, los. Okay. Ja, jetzt wissen es natürlich alle. Wenn Graves im Hauptquartier ist, müssen wir in Pink und Alpo weiter nach oben. So, Luftunterstützung ist bereit. Und bitte Feuerunterstützung. Ziel markiert. Mach sie platt. Nice. Das war jetzt ja mal geil. Guli, macht ja die ganze Arbeit hier. Was? Von wo? Ah, von da hinten. Ah, so panzerbrechende Munition wäre echt nicht schlecht. Wo ist der ganze Rest hingelaufen? Noch mehr? Noch mehr? Ja, da hinten. Das ist doch irgendwo einer. Bereit für Luftunterstützung zu aufmarkieren. Ja, ich glaube, wir brauchen sie im Moment nicht. Irgendeine. Okay. Okay, Granate kommen wir aufmachen. Da ist er. Nice. Voll erwischt. Da war noch einer. Nice. Auch jemand? Muss ich überhaupt hin? Da ist der Hede auch da oben. Oh, was? Komm her, schau mich an. Fuck. Komm, Munition mehr. Du hast doch bestimmt ne Waffe, oder? Schneller. Oh, fuck. Wir müssen Grace irgendwo im Hauptspartier setzen. Feuer dabei. Warte auf dein Zeichen. Oh, was? Fuck, 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 fuck. Oh, na, sicher nicht. Oh, andererseits. Von außen. Wow, was zum Teufel war denn das jetzt? Wichser. Warum hat er jetzt schon wieder die Waffen gewechselt? Das ist jetzt wegen dem neuen Update, weil heute kaum ein Update raus. Okay, hier schaut es soweit safe aus, wie ich es jetzt aus mit oben. Ähm, schön, dass ihr mir alle nachlauft. Also hier ist mal nix. Oh, was ist das? NG-Feuer von Ushals des Koks scheiße sie aus. Feueranfrage, Position markiert. Komm, was ist das? Was ist das? Nice. Oh, wie geil. Sehr, sehr geil. Oh, fuck. Komm, schau nochmal her. Alter, lad doch einfach mal direkt nach. Okay, ähm, nachdem er hier nicht ist, machen wir hier mal eine Fliege. Die haben natürlich nie die richtige Munition für mich da mit dabei. Ich würde sagen, wir gehen dann hier mal rein, oder? Oh, was. Können wir den Heli nochmal losschicken. Oh, fuck. Achso, oh, scheiße, das waren Kameraden. Fuck. Was laufen die ja von da hinten auf einmal her? Äh, kann ich mehr aufstehen? Ah, jetzt. Scheiße, Granate. Was? Nein, ich will da nicht rauf. Nah, scheiße. Ah Gott, jetzt ist das ja schon zu spät. Feueranfrage, Ziel markiert. Knälerfass, Waffen frei. Okay. Okay. Haul ist jetzt. Okay, äh, wir machen einen Abflug. Mit Abkürzung. Noch hier draußen. So. Wo ist der ganze Rest jetzt? Sonst soll ich auch sonst einmal mitkommen. Fuck. Von wo? Irgendeiner ist davor, mit der mich trifft, aber ich seh den nicht. Okay, komm. Wir rück dich wieder. Wir wollen dann den Streifschutz. Wo? Da oben, oder was? Komm, lacht, es war glatt da oben. Komm, Raketen hinterher. Wo bist du? Achtung. Okay, das sind die Jungs von uns. Ja, ich hätte mal gesagt, wir gehen hier rein, oder? Ah, hier hat es nicht sehr viel. Geh durch die Unterkünfte zum Hauptgebiet im Hauptquartier. Graves müsste dort sein. So, Bravo 6, bereit für Feuermission. Ja, komm, jetzt mal drauf. Hop, 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 rauf. Komm, mach Platz. Komm, mach das, gib mal den Platz. Alter, der verrickt nicht. Nice. So, Fensterschützen. Ja, da. So, Luftunterstützung ist bereit. Ja, gleich. So, Leute, wollt ihr euch einmal vorgehen, oder muss ich das immer die ganze Zeit machen? Durch die Unterkünfte, hat es geheißen. Fuck. Äh, nicht so schlau. Dann gehen wir mal hier rauf. Silberkir, Feuererlaubnis erteilt. Komm, machen wir den Platz. Oh, cool. Ähm, trifft mich jetzt wieder nicht. Oh, da gehen wir jetzt mal direkt hier nach hinten. Ist das eine schlaue Idee? Oh, nicht so. Von wo? Feuerantrage. Position markiert. Fehler fast. Schüsse abgefeuert. Fuck. Rannaddy. Alter, wie da vorne oben sogar die Munition runterfliegt. Wie geil. Das ist ein perfekter Ort für den Hinterhalt hier. Da hat es ja noch welche drin hier. Sondern von uns. Ah, komm her. Ich habe dich gerade gesehen. Ist tot. Nice. Dann würde ich sagen, rein schon mal präventiv. Greif doch mal das hier an. Oh, scheiße. Nein. Fuck. Nice. Und natürlich von da auch. Oh, schade. Ich dachte, ich kann die Glocke irgendwie abschießen. Ähm. Wir haben ja halt null Deckungsmöglichkeiten. Bis auf das kaputte Auto. Ich glaube, das wird ein Hinterhalt. Oh, jetzt kommt sie ja. Okay. Sagen wir mal rein. Immer ich. Und? Versperrt. Rudy, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf Eisdappen. Wenn ihr Grave seht, ausschalten. Hey, Rudy. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Zünden. Drei, zwei, eins. Einsatz. Perfekt. Wir sind drin. Wir machen. Alle raus. Eins ist drin. Schnapp ihn dir. Nathalie, jetzt muss er auswählen. Sei reise. Du bist der Dürer verstanden. Nach dir, Kaule. Okay. Okay. Ich habe ein Team in die Tunnel gelegt und jetzt melden sie sich nicht mehr. Mega-Fies, Position halt. Ich will alles abgeriegelt haben, den ihr markiert. Sollen sie zu uns kommen. Eins Ende. Nice. Dankeschön. Mach ich nicht auf. Das ist so schrecklich. Das ist unsere Chance, vorzurücken. Exakt. Sie halten bei Lady in Hangar 3 fest. Bleib aus der Sicht. Wir schlagen uns dort hindurch. Hangar 3. Nur zu zweit gegen die Armee. Okay. Okay. Schleichen oder volle Kanne? Ich sehe kaum was. Scheiße, warum machst du nichts? Alter, komm laut nach. Hier, das gleiche Spielschuhl wieder. Alter. Noch mehr? Ah, ich sehe... Ah, okay. Jetzt sehe ich wieder was. So ein Scheiß-Effekt. Na ja, vorerst. Wird sich gleich ändern. So wie immer. Was ist ein gutes Gedächtnis? Das ist ein Container-Darm-Handare, in der sie wird gut bewacht sein. Gehen wir leise vor. Ja. Wir haben ein Angriffsteam am Hauptplatz hier. Sie brechen durch. Scheiße. Wenige Munition. Das ist kacke. Ihr habt gar keine Munition mehr. Geil. Nice. Läuft. Ich glaube, ich muss Waffen wechseln. Das war jetzt ungeil. Nein, ich kann nicht mehr raus. Wachzeug. Gehen wir gleich hervor. Wir haben ein Angriffsteam am Hauptplatz hier. Sie brechen durch. Wir sollten als Verstärkung mit rein, Sir. Nein, alle Schützen halten ihre Sektoren. Ich habe hier alles, was ich brauche. Wir gehen in die Offensive. Ist das klar? Jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. Was zum Fick. Wo ich jetzt ne Granate hier besinne? Wir haben hier. Palenius sind ein Container-Damm-Hangare, in der Sie wird gut bewacht sein. Geh mir leise vor. Wir haben ein Angriffsteam am Hauptplatz hier. Wir reichen durch. Wir sollten als Verstärkung mit rein, Sir. Nein, alle Schützen halten ihre Sektoren. Ich habe hier alles, was ich brauche. Wir gehen in die Offensive. Ist das klar? Oh, Fack, Granate. Nein. Ach, Mann. Okay, ich probiere es mit nach links. Das läuft ja immer so gar nicht gut. Ich bin ein Angriffsteam am Hauptplatz hier. Sie brechen durch. Wir sollten als Verstärkung mit rein, Sir. Nein, alle Schützen halten ihre Sektoren. Ich habe hier alles, was ich brauche. Wir gehen in die Offensive. Ist das klar? Ich habe hier alles, was ich brauche. 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 So, und der hier noch. Oh, wie kriege ich denn dich? Scheiße. Wo ist der? Doch, aber ich habe mit dir an sich Kontakt. Ich brauche eine Waffe mit mehr Munition. Hast du eigentlich jetzt irgendwas gemacht? Hey, warte mal. Ich brauche Munition. Das ist auch eine beschissene Waffe. Nein. Hier, wenn ich jetzt noch Munition kriege. Aber sonst noch irgendwie Dudes hier. Ja, jetzt wartet doch mal. Scheiße, ich hoffe, ich kriege hier noch irgendwo Munition. Das ist doch scheiße. Ja, ist ja gut. Das ist doch gut. Oh nein. Oh, und jetzt wieder fliegender Wechsel, oder wie? Ja. Ja, gleich. Kommt hier keiner von oben? Glaube ich jetzt fast nicht. Wer ist der Stock? Bewege an! Nein! Scheiße! Kollegen, helfst doch mal mit! Alles muss man selber machen hier. Schlimm. Ich werde dem Multiplayer so untergehen. Hallo? Bild? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Also ich sehe jetzt gerade irgendwie nur schwarz. Und ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Ja, gut. Liebe Leute, an der Stelle starte ich mal kurz das Spiel neu. Bis gleich. Und da bin ich auch wieder. Ich habe tatsächlich nicht durchstarten müssen. Hat noch ewig lang gedauert, bis er mich hier wieder reingespawnt hat. Aber okay. Machen wir weiter. Erster Stock. Bewegung! So, aber dieses Mal. Fuck. Schnell weg hier. Munition kontrollieren. Fast leer. Ah, das war nicht wie geplant. Na, komm her. Ciao. Er ist ja doch noch da. So, Jungs. Komm, geht's mal rauf. Ich will nicht immer vorgehen. Man, oh Mensch. Was? Nein. Das ist ein Zeitding. Ach, nö. Und jetzt lädt er wieder so lang, oder was? Geil. Oh, das wird da so hektisch. Ich freue mich. Aber wenn es jetzt jedes Mal so ist, haben sie hier irgendwas mit dem Safepoint. Okay. Ich pausen mal so weit, bis ich wieder drin bin. So, und dann wären wir wieder drin. Ja, komm. Erster Stock. Bewegung! Ja, komm. Lauf. Nein, nicht diese scheiß Waffe. Die da. Noch mehr? Wow, scheiße. Graves muss da raus sein. An alle Einheiten. Achtung. Oh, scheiße. Panzer. Sind getroffen. Sind getroffen. Price. Scheiße. Wir schürften ab. Wir schürften ab. Heilige Scheiße. Käpt'n! Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf. Rodolfo, was ist auf der anderen Seite? Das Trainingsgelände. Was zum Teufel macht er da hinten? Ah, toll. So, hilf mir rauf, danach helfe ich dir. Ich hab dich. Weiter! Machen wir das Arschloch fertig. Nimm meine Hand. Trainingsgelände. Kommst du? Nein. Price und der Pilot brauchen Hilfe. Macht ihr zwei das? Da! Das ist nicht unserer. Heilige Scheiße. Graves hat dein scheiß Panzer! Fuck. Ja, fuck. Ja. 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 Die hat ein Zoll. Ich schaubert. Deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Ormenes angelegt, McSavish. Kommt raus und lasst uns drüber reden. Hattet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg Ficus. Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Dann wird das wohl sagen. Fuck. Fick dich, Brace. Du hast deine geduldene Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten zu. Das mag ich an dir. Du bist Shepherds Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln. Cool. Also, hier haben wir nix. Ratet mal, welche ich wähle. Zieh dich um, Sergeant. Hier sollte irgendwo C4 sein. Find der es. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Von wo schießt denn der? Mit der Maske, dass ich hinter dieser Uniform verstecke. Du hast diese Uniform getragen. Irgendwo da hinten. Die Uniform war ein Kind. Diese Haut habe ich abgestrahlt. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Komm, fahr mal hier vorbei. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an Männers des Rodeos. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle, Junge. Ich sagte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. Wo ist das scheiß Panzer? Das hier wirst du hängen. Zieh dich um, Subjet. Hier sollte Hülkenburg C4 sein. Finde es. Spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Scheiße, wo ist der Scheiß C4? Mann, das kann es doch nicht sein. Wo soll ich denn hier C4 finden? Oh, das ist in den roten Boxen hier drin. Komm, Bauer vorbei. Ja, wow. Gott, dann gehen wir wieder runter. Werde weg. Oh, C4. Äh, wie tue ich das wechseln? Warum geht jetzt 4 nicht? Oh, fuck. Gedoppelt F. Komm her zu mir. Komm her zu mir. Komm her. Komm her. Fuck. Fuck, 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 fuck. Und da waren jetzt natürlich auch Leute. War ja klar. Okay, ähm... Hier sollte irgendwo C4 sein. Finde es. Wo riecht den Schaden anzug. Mach weiter. Als wäre der Panzer schon nicht Problem genug. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ich hasse solche Stressmissionen. Ich hasse solche Stressmissionen. Okay, mal kurz durchatmen. Okay, da ist schon im Arsch. Wo ist der andere? Scheiße, Mann. Scheiße, bitte. Ich treffe mich jetzt nicht nochmal. Kein Arsch hilft mir. Alter, Panzer. Geh mir ja nicht auf den Sack. Komm her. Noch irgendwo C4. So, dann warte mal, bis du da vorne wieder vorbeigefahren bist. Komm. Fahr. Hat's hier noch einmal hier irgendwie was? Ach, ins Haus rein, oder was? Fuck, er brennt. Ich glaube, ich muss ihn noch einmal treffen. Ich glaube, ich hole mal schnell das da. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein, fuck. Komm, fahr auf die andere Seite. Fahr da hinten hin. Komm. Weiter, 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 weiter. Nicht dein Ernst, oder? Komm her zu mir. Nice. Wir kommen zu dir, Hermano. Mit einem Gewehr zum Panzerkampf. Allerdings. Sob und Ghost. Bin bei Rudy. Graves ist erledigt. Wie geht's Price? Ist sauer, hat ne gute Zigarre verloren. Dem Piloten geht's gut. Ende. Alejandro, die Basis ist sicher. Graves ist tot. Wir kommen zu euch. Okay, ist das jetzt das Grand-Finale, oder was kommt jetzt noch? Was ist passiert, mein kleiner Bakero? Hast du einen Krieg gestartet? Die Wahl scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern Ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt hab ich nicht. Ich hab Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpion de la Verga. Ich hab euch vor ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Senores. Wachstum, oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt dein Ziel auf dem Rücken. Nein. Das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet es aus dem Eimer, sondern findet es, penderos pa'fuera. Vorerst. Gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. Alcingala. Los, mach den Transport klar. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Baqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan hab. Denn was davon könnt ihr beweisen? Geh, du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, Hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles Gute, Amigos. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Der Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Vide und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.